Hallo, hallo. Seid ihr auch so gelangweilt? Sitz da und wollt ein schönes Let's Play. Okay, die Melodie habe ich zwar ein bisschen verkackt, aber trotzdem heiße ich euch damit herzlich willkommen. Auch dich, Wilhelmina. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Es geht weiter. Ja, yippie! Lass uns spielen, lass uns spielen, lass uns spielen. Zwischen Ödland und dem Commonwealth. Da bin ich auf der Suche nach Herd. Und ihr denkt euch zurecht, halt dein Maul, lass uns spielen, lass uns spielen. So, keine Sorge, jetzt höre ich wirklich auf. Äh, dann gehen wir doch mal zu Good Neighbor. Ich glaube, da gehen wir diesmal zu Fuß hin. Ich muss ja nicht immer alle zwei Sekunden ein Ladebildschirm provozieren, oder? Habt ihr da was gegen? Ich hoffe nicht. Oder doch? Oh, der Boston Bugle. Da schauen wir doch später mal vorbei. Ihr Freund hat ein Feind. Oh, Feinde. Oh, Mine. Oh, fast tot. Oh, guter Beginn für ein Let's Play. Sorry. Ich guck mal kurz, ob ich denen was an den Kopf schmeißen kann. Hm, 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 hm. La, 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 la. Äh, eine Impulsgranate. Du kommst da hin. Äh, eine Plasmagranate. Du kommst da hin. Was kann eigentlich das Revolutionärschwert? Das kann ja gar nicht mehr so viel. Warum hab ich das mit? Warum hab ich so viele Minen anstatt Granaten? Und außerdem, wo zum Teufel bin ich hier eigentlich? Egal. Ah, ich sollte vielleicht auch mal... Fresst das, ihr Schrumpfköpfe! Hm, jemand sagt, er wird umgebracht. Nein, die Patronen wollte ich ins Gebäude, würde ich nicht. Ja, ist mir jetzt... Mein Freund, wenn du von mir hilfen willst, dann solltest du dich gefälligst auf meiner Route entführen lassen. Dann gehen wir mal ins Good Neighbor. Ah, das muss einer dieser Liegen sein, wo ich schon so viel von gehört habe. Da soll man ja drauf liegen können. Das ist Good Neighbor. Preise für Reinlichkeit wird hier bestimmt niemand, Kevin. Du Fuchs. So, Moment. Wo ist denn jetzt? Äh, ich brauch die Lokale Karte. Ah, ein Thudrail, das ist hier. Ja. Was ist das? Nein, das ist der Memory Den? Ich kann's nicht fassen. Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es wird geläutern. Hab gehört, dass... Ach, da. Überall sind Zins. Hm, die sehen ja aus wie Menschen. Die verhalten sich irgendwie auch so. Mi, 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 mi. Mein Gott, ihr klingt ja alle wie Beaker aus der Muppet Show, ey. Reiß doch mal einen Schlüppi. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Ja, dann... Ja, dann... Hm. Wenn wir in der U-Bahn-Station eine Partyhülle machen. Ach, meine Kotz, warum stehst du immer im Weg? Darf man das nehmen? Nein, darf man nicht. Ich bin ein lieber Mensch, deswegen nehme ich das auch nicht. Was? Wieder einer von euchs Leuten auf der Suche nach... Stranger. Mann, ich liebe die Industrie. Ey, wir haben Bier. Und wenn du kein Bier bestellst... Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Was? Da wurde doch gerade was eingeblendet. Ach, Mann. Lass das du Eifel in der Hose hast, dich... Charmin, du wirst langsam zum Stammgeist. Naja, das Bier schmeckt immer noch wie vorher. Ach, schissen. Kennst du Amajin Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das Vermisstgefühl. Magnolia, dieser Junge will mit dir... Ja, hallo. Kurz war es geweckt. Ich will die Frau angucken. Was ist los, du hübscher Bursche? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Das Lied war wunderbar. Ich bin begeistert. Oh, danke. Ich versuche mein Bestes. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte. Sag nichts. Ich will es erraten. Ah, natürlich. Es sind deine mächtigen Muskeln. Hm. An den Anblick könnte ich mich gewöhnen. Also, was führt ein Mann wie dich in meine Ecke der Stadt? Was denkst du denn? Wir sind alle hier, weil wir etwas vergessen wollen, oder? Ich glaube, wir beide werden uns sehr gut verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Hm, soll ich mal versuchen zu flirten? Ich versuche es einfach mal. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Schade. Entschuldigung, Miss. Du suchst mich? Was kann ich für dich tun? Kennst du Emojean Cabot? Emojean? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Sie wird vermisst, und ihre Familie macht sich Sorgen. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Emojean fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend. Intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Herm, kannst du bitte mal kurz kommen? Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Der feine Gentleman hier sucht nur nach Emojean. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Emojean immer dran hing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Emojean geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Tja, dann haben wir hier also unsere Antwort gefunden. Moment, ich mach mal eben kurz die andere Quest aus. Die hatte ich beim letzten Mal noch aktiviert, falls ihr euch entsinnen könnt. Gucken wir mal, wo haben wir diesen... Oh nein, da brauchen die Schutz. Und da, was brauchen die da? Da brauchen die gar nichts. Warum ist da ein Ausrufzeichen? Egal. Da Schutz. Hm. Die brauchen Schutz. Aber der Schutz interessiert uns gerade nicht. Ähm. Wie hieß das Ding? Wie hieß das Ding? Ich hab den Namen wieder vergessen. Das war ein Flyer. Genau, Säulen der Erlösung. Hieß es so? Oder nicht? Doch, da. Säulen der Gemeinschaft. Ist ihr Leben nicht das, was sie wollten? Sind sie auf der Suche nach Veränderung? Lassen sie sich im Amphitheater am Schals Aussichtpunkt in der Backbay von Bruder Thomas die Wahrheit hinter unserer gestörten Welt erklären. Zusammenkünfte jeden Abend. Jeder, der sein Leben zum Besseren verändern möchte, ist willkommen. Ja, dann. Ach, ich hab ja noch ein Level-Up. Ha! Wahnsinn, oder? Das hab ich ja ganz vergessen. Das... ...hatt ich mir ja noch zwischendurch mal verdient. ...hatt ich mir ja noch ein paar Mal verändern. Hm... ...hatt ich mir mal in der Gänse, glaub ich. Ja. Ist seine Zeit. So, noch mal ein kurzer Blick auf die Karte. Ähm, das ist der nächste Punkt. Kann ich direkt teleportieren? Natürlich nicht. Na dann, Marsch, Marsch, meine Lieben. Mr. Freeman, munter ans Werk. Von hier dürfte ich teleportieren können und wenn ich schon mal ein Ladebildschirm provoziere, dann will ich nicht einfach nur den Ladebildschirm provozieren, wie ich jetzt gleich Good Neighbor verlasse, dann will ich nämlich direkt in der Nähe des Ziels sein, weil, ihr wisst ja, Zeit. No? Ach so, wenn ich im Wetz angreife, dann wird mein Balken für kritische Treffer gefüllt und wenn er voll ist, kann ich einen verheerenden Angriff ausführen. Ja, damit habe ich mich noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt, weil mir das bei Wetz immer ziemlich auf den Senkel geht, dass der irgendwie, obwohl er direkt daneben steht, so 30 Mal daneben schießt. Aber naja, vielleicht probiere ich es doch mal aus. So. Oh, das war die Wafferzeugung. Oh, Kronkorn. Richtig. Wir verstehen uns, Codsworth. Ah, das Amphitheater. Ah, hallo. Äh, ah. Kann er doch die Waffe wechseln. Hatte der einen kleinen Hänger, der Gute? Der Schatz des Solenners. Hallo. Hallo. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch gedacht. Bis ich eine Möglichkeit fand, etwas zu bewegen. Um mein Leben und das Leben aller zu verändern. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Da heuchelt man einmal Interesse. Soll ich mich jetzt erst einschleimen? Hm, ich weiß gar nicht. Ich könnte vielleicht Missionen zur Vorgabe haben, wenn ich mich bei dem Einschleimler. Ich versuch's mal. Das klingt gut. Das ist ausgezeichnet. Ich weiß, dass du gut zu uns passen wirst. Keine Angst, ich weiß es nicht. Nicht fest, oder wie? Ja, dann geh doch auch. Aha. Will er mich jetzt hier vernaschen hinter der Bühne? Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. Ich habe nur die Schauspieler waren genauso. Dann soll mir du das Bühne mit. Nicht so schüchtern. Komm. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Fick dich selbst, Arschloch. Entschuldigung, aber das musste sein. Verdammt, ich muss wirklich mit ihm reden. Eigentlich suche ich nur nach Emojin Cabot. Tut mir leid, aber Emojin ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Was macht sie hier? Ist sie ein Mitglied deiner Bewegung? Sie und ich haben... Naja, ein romantisches Verhältnis. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Mhm. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Bitte, Sir. Es würde nicht lange dauern. Also, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit über ihren Beitritt zur Bewegung. Sie wurde gewalttätig. Also habe ich sie eingesperrt, bis ich weiß, was ich mit dir machen soll. Wenn du sie wirklich mitnehmen willst, schließe ich die Tür auf und sie gehört ganz dir. Ich muss dich warnen. Sie ist stärker, als sie aussieht. Wir mussten alle mit anpacken, um sie dort einzusperren. Na dann. Zücken wir mal die Axt. Sie gehört dir, Nächster. Du bist sicher, Imogen. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand Jüngerem gerechnet. Wie unhöflich. Weißt du nicht, dass man das Alter einer Lady niemals erwähnt? Damit das klar ist. Ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen. Also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Aber es ist nur eine Ampulle vom Serum übrig. Die Raider haben sich den Rest geholt. Ich muss schnell nach Hause, bevor Mutter Jack davon überzeugt, dass sie alles braucht. Lächerlich, dass er in seinem Alter so ein Muttersöhnchen ist. Ich bin von Thomas so enttäuscht. Zuerst war er echt interessant. Aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Brauchst du noch was, bevor wir gehen? Nein, ich hatte nichts Wertvolles dabei. Oh, und ich komme nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme. Aber zuerst brauche ich einen Drink. Mhm. Mal gucken, was hier so liegt. Nicht viel. Ein bisschen Reddix. Ein paar Träger. Oh, ganz viel 10 Milliliter. Ja, aber man muss sich doch... Kurz was, du musst es mal so sehen. Er soll sich doch von seinem materiellen Besitz lösen. Ich will doch nur euer Bestes. Euer Geld. So. Das Haus der Kappels. Ach, wisst du was, da laufen wir diesmal hin. Man muss ja nicht. Immer nur teleporten und Ladebildschirm. Und teleport und Ladebildschirm. Und wenn die Kreativität dann mal so richtig sprudelt, dann teleport und Ladebildschirm. Deswegen laufen wir. Und genießen die Landschaft, die alten Werbeplakate. Die Autos. Ein Baseballplakat. Trümmerhaufen. Verwitterte Gassen. Insekten. Oh, Bläfligen. Moment, ich brauche doch immer noch eine Drüse. Hören wir das? Zack. Das war doch eine Drüse, was ich brauchte, oder? Ich hatte doch diese Quest bekommen von dieser einen Lehrerin aus Diamond City. Wenn ich mich nicht irre. Oh, eine Junkie-Notiz. Die nehmen wir mal. Mein Gott. Pikmans Visitenkarte. Pikman. Dann haben wir, sag mal was. Da war irgendwas. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wer das war. Hm, wer war denn noch Pikman? Ich komme einfach gerade nicht drauf. Ich gucke mir mal kurz die Junkie-Notiz an. Vielleicht startet das ja eine Quest. Ah, cool. Der Dealer hat gesagt, dass es in Parkview Lounge ein großes Versteck mit Camps gibt. Schnapse dir. Dann haben wir für die nächsten Monate ausgesorgt. Wir könnten sie natürlich auch verkaufen und uns was stärkeres holen. Ja. Cool, wir haben ein Drogenversteck. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz drauf gucken, weil ich will jetzt wissen, wer Pikman ist. Pikman war hier. Aha. Hm, ein Herz. Waren wir denn schon mal ein Herz gesehen? War nicht bei Nick Valentine? Ein Herz. Als Leuchtreklame. Ist er der mysteriöse Pikman? Who knows? Who knows? Dann mal wieder rein in die gute Sch... Zu den lustigen Leuten mit dem komischen Serum. Kannst du mich jetzt hören? Edward. Die sind im Fäder. Was ist das? Verdammt. Das Signal ist seltsam schwach. Skydy? Hi. Edward, wechsle zum Hartleer-Modulator. Hast du verstanden? Jetzt nicht. Ist das besser? Haha, es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich hab noch nie Raider gesehen, die... Ich hab noch nie Raider gesehen, die... Entschuldigung. Hier ist gerade einiges los. Hör zu. Wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber... Hallo? Edward? Bitte melden! Edward! Na, die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Was ist passiert? Die Wache in Parsons hatte gemeldet, dass sie angegriffen werden. Edward ist ihnen zu Hilfe geeilt. Ich konnte ihn nur kurz erreichen. Ich habe nicht viel erfahren, aber es klang so, als ob die Sache dort fast außer Kontrolle wäre. Ich frage mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edward's Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich erkläre es dir unterwegs. Moment mal. Hast du nicht nach Emojin gesucht? Hast du sie gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Es geht ihr gut. Oh, gut. Zumindest ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest eine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Ja, mein Imperator. Warum ist das so wichtig? Wenn die Eindringlinge an Edward's Männern vorbeigekommen sind, haben sie vielleicht eine höchst gefährliche Situation verursacht. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man mit diesen Gefahren umgehen muss. Ist das deutlich genug? Eigentlich nicht. Verstehe. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig. Und tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausspricht. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Emojin endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Oh, was willst du? Mhm. Dann sind wir mal gespannt, was er mit seinem Mutantenvater macht. Also ich vermute zumindest mal, dass er einen Mutantenvater hat. Weil sonst wäre das ganze Palabe ja eigentlich Teneff. Ähm, ja, alles für den ernsthaften Kampf. Dann checken wir doch mal. Eigentlich habe ich sehr wenig Granaten und Wurfdinge. Finde ich sehr schade. Ähm. Ich gucke mal kurz, ob es hier eine Kochstelle gibt. Dann bereite ich mir mal etwas zu essen vor. Denn ihr wisst ja, ohne Mampf kein Kampf. Speisesaal. Ach, nehme ich einfach mal ein bisschen was von seinem Mampf. Warum auch nicht? Der Mann hat ja... Was ist da? Mhm. Und direkt da in dem Speisesaal ist die Toilette. Kennst du nicht die Regenarzt? Man... Man geht nicht da auf Toilette, wo man ist. Ich habe jetzt bewusst... Geh auf Toilette gesagt und nicht. Ein anderes Wort. Eine SETA-Pistole. Supercoool. Mit Gamma-Patronen. Ja. Ja, ganz recht. Komm mal her und nimm mir was ab, du Lump. Hey. Kannst du mir überhaupt noch was abnehmen? Irgendwas? Zum Beispiel... Warum habe ich... Egal. Super. Warum machst du überhaupt den Kopf auf? Junge. Habe ich hier eine Waffe, die ich loswerden kann? Die ich vielleicht doppelt habe? Ah, Moment. Da fällt mir was ein. Ich habe nämlich... Quasi eine bessere Version einer Waffe. Das hier ist die schlechtere. Und das hier ist die bessere. Kommt die nämlich weg. So sieht sie aus. Dann drücken wir uns nochmal eben ein bisschen Nahrung rein. Und raus. Aber ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Mission wirklich jetzt machen will. Weil, wenn ihr mal auf die Uhr guckt, die Folge ist schon so gut wie zu Ende. Ich überlege noch. Ich hadere noch mit mir. Nee, ich mache es nicht. Es dauert schlicht und ergreifend zu lang und das würde dann ein bisschen ausatmen und sich dadurch natürlich auch extremst in die Länge ziehen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ihr Bock habt, wenn meine Folgen irgendwie anderthalb Stunden dauern oder so. Oder? Habt ihr da Bock drauf? Hm. Ernst gemeinte Frage bitte. Ich werde es auch nochmal auf meine Facebook-Seite schreiben. Ähm. Habt ihr bei großen Spielen wie zum Beispiel Fallout 4 Bock auf sehr lange Folgen? Also wirklich die bis zu einer Stunde gehen, regelmäßig? Ihr solltet wissen, womit wir es zu tun bekommen. Mein Vater ist... Ja, bla bla, komm, dann seid mal kurz ruhig. Ähm, also wenn ihr Bock auf längere Folgen habt, dann möchte ich, dass ihr mir das sagt. Also, ne, entsprechend dem Spiel angemessen. Also jetzt bei der... Wenn ich jetzt StarCraft 2 oder sowas machen würde, dann würde ich natürlich die Folgen versuchen, wenn das nicht zu sehr ausartet, immer eine Mission, eine Folge. Kann man ja sehr einfach strukturieren. Ähm, aber bei so großen Spielen wie Fallout, da fällt mir das... Also da mache ich eigentlich immer sinngemäß. Also je nach Situation halt, was, wann, wie zu tun ist und so und wann es gerade passt. Deswegen meine Frage. Längere Folgen? Ja, nein, vielleicht? Ich weiß es nicht. Teilst du bitte mit? Das finde ich sehr gut. Ah! Was bist du denn so schön, du Roboter? Ja, teilst du mit, ob ihr bei langen... Also bei ausgiebigen Spielen, gerade Rollenspiele bieten sich dafür ja an, längere Folgen wollt oder... Ja. Oder ob ihr jetzt so rein von der Länge her mit dem zufrieden seid, wie ich es bisher mache. Also ich... Hab's ja nie genau fix oder so. Ich pendel. Ganz am Anfang hab ich ja nur eine Viertelstunde so grob gemacht, das ist zu wenig. Jetzt hab ich, ähm, mich darauf... Also, mir selber mehr oder weniger das klar gemacht, dass ich... ...eine halbe Stunde mache... ...und dabei entsprechend, ähm... Ich bin ganz sicher der richtige Job, Sir. Sei ruhig. Ähm... Ja. Ich mache momentan eine halbe Stunde, beziehungsweise so wie es gerade in der Situation passt. Wenn eben noch ein Dialog kommt, dann mache ich den noch, auch wenn es dann bis zu 35, teilweise 40 Minuten dauert. Und, ähm... Dementsprechend bitte sagt mir Bescheid, ob ich das so beibehalten soll oder nicht. An dieser Stelle mache ich dann meinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.